Hallo, ich bin's, die Anna von CouponWerk.de. Heute habe ich für euch getestet LAR-Film. Viel Spaß beim Schauen. Tschüss. Herzlich willkommen bei Anna testet. Anna testet heute für euch die Online-Videothek LAR-Film.de. Wir vom CouponWerk haben für euch einen Gutschein über 30 Tage kostenlos LAR-Film.de. Man kann sich aussuchen aus 45.000 Titeln. Man kann sich Filme oder Serien anschauen. Viele gibt es auch nur direkt auf LAR-Film.de. Es gibt Klassiker und aktuelle Filme. Es ist absolut legal. Es wird keine Werbung geschaltet. Man kann sich schauen, wann man möchte. Egal, um 6 Uhr morgens, um 22 Uhr. Es ist egal. Und es ist jeden Monat kündbar. So, ihr Lieben. Anna hat LAR-Film getestet und ich finde es toll. Ihr könnt gucken, was ihr wollt. Ihr könnt gucken, wann ihr wollt. Und ihr könnt gucken, wo ihr wollt. Ich kann LAR-Film weiterempfehlen. Die 30 Tage kostenlos könnt ihr jedenfalls nehmen und LAR-Film abonnieren. Viel Spaß noch. Eure Anna. Tschüss.